Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. So was kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich geh. Ja, das ist eine gute Idee. Bearscht, Leute, am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Mist, er will abhauen. Mal sehen, wie gut. Mal sehen, wie gut. Mal sehen, wie gut. Musik 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 Ja. Tut mir leid, am überreagieren. Du machst dich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay. Ich verspreche, ich flippe nicht wieder aus. Äh... Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm... Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So, was ist das? Hör auf den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich hör nichts. Ich muss los. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020